Und ein weiterer Gamedev-Deal geht an den Start, das Saints Row Red Faction Humble Bundle für 9,17€. 10 Artikel sind drin, den Link mache ich dir natürlich fertig, den findest du in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und es fängt hier ganz unten sehr oldschool an mit Red Faction, dann haben wir Red Faction 2, Saints Row 2, Saints Row the Third, Saints Row Get Out of Hell. Dann einmal hier Red Faction Armageddon und das DLC Path to War. Und dann auch Saints Row 4, Reelected, Red Faction Guerilla Remastered und Saints Row the Third auch Remastered. Ja, ich hoffe für dich war was dabei, der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung und in den Kommentaren und ich würde sagen, wir sehen uns für immer im nächsten Let's Play. Ja, ich hoffe für dich.